Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Ich hab gerade hier Aufnahme gestartet, bin nochmal schnell zum Fenster gerannt und hab das nochmal geschlossen. Und ja, jetzt bin ich hier. Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Ruff of the Lamp, Leute. Und wir wollen erstmal auch nicht anfangen zu zocken. Random, wen haben wir? Oh, Eve. Kann es einen schlechter treffen als mit Eve? Kann es einen schlechter treffen? Ich glaube, nein. Ja, dann wollen wir nochmal sehen, was wir mit Eve reißen können. Es wird, glaube ich, unglaublich zäh, wenn wir nicht Glück mit den Items haben. Ich werde mich unzählige Male ärgern. Ich werde unzählige Male keinen Bock mehr auf diesen Run haben. Und ich werde unzählige Male fluchen. Aber egal, lasst es uns versuchen mit Eve. Bisher habe ich es nur einmal geschafft mit Eve, den, wie heißt das, den, das Blue Baby zu schlagen. Und Robo Baby, hey, Robo Baby. What's going on? Ey, Robo Baby ist geil, Mann. Am Anfang Robo Baby, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Hey, Robo Baby, was geht? Ja, alles super bei mir. Bei dir? Oh, hör mal. Alles jodisch. Ich bin Eve. Ich habe nur noch einen versteckten Vogel im Haar. Weil ich wasche mir nie die Haare. Deswegen habe ich den immer da drin. Deswegen geht es mir auch wirklich super. Denn wenn man sich nicht die Haare wäscht, da... Aua! Man viel weniger Sorgen. Soldat. Der mich... Hat der mich geschlagen. Hat wehgetan. Ah, komm, wir gönnen uns. Wir gönnen uns. Und, und, und. Bomben drin. Ah, it's still the end. Wundert mich jetzt echt, dass da keine Bomben drin sind. Normalerweise gibt es da immer Bomben. Immer. In dem Scheißraum. Entweder du hast eine große Trrrr-Bombe oder du hast diese kleinen da. Boah, das sah gerade aus, als wenn ich einen Laser schießen würde, wenn er hinter mir steht. Ha! Seht ihr? Jetzt... Jetzt sieht das aus, als wenn ich Laser schieße. Ha! So, dann lass mal gucken. Oh! Und dann gibt es auch noch den hier. Der kotzt mich ja eh schon an. So, komm her. Das Robo-Baby möchte dir gerne Schaden hinzufügen. Nein. Was? Er zieht mir einen ganzen ab. What the? What the? No, no, no. Don't do it. Don't do it. Don't do it. You can't. Zieh mir kein ganzes Herz ab, Alter. Ich möchte noch leben. Lass mich nicht dann in der ersten Etage mit ihr sterben. Sie ist noch so jung. Okay. Alles klar. Job of meat. Leute, wie geht es euch eigentlich? Wir haben Anfang der Woche. Was steht an die Woche? Bei mir steht... Oh, Toilettenszene! Ha! Bei mir steht am Anfang... Ach, am Anfang der Woche. Ja, Anfang der Woche ist morgen. Ja, morgen natürlich wieder ganz professionell die ersten beiden frei. Aber nachdem man die ersten beiden frei hat, habe ich natürlich noch professioneller bis zur neunten Stunde. Ich hasse neunte Stunde. Ich hasse es. Ja, wird morgen wieder eine Qual der Wahl. Qual der... Wow. Qual der Wahl. Qual der Wahl. Qual der Wahl. Was? Tears down, Alter? Boah. Irgendwann habe ich mit den kleinen Tränen so ein Tears up, so ein Tears... Tears down Dingens wie bei Polyphemus, weißt du? Nimm mal... Ah! Da schießt ja echt gar nichts mehr mit dem Polyphemus da, oder wie das heißt. Ey! Ein Schlüssel und... Oh, eine Spritze. Poison Damage, oder? Ne, Speed... Ah, Speed and Range. Oh, Speed ist immer gut. Jetzt bin ich viel schneller, Mann. Jetzt bin ich die coole, schnelle Eve. Sieht so ein bisschen aus wie bei die Unglaublichen da, die Tochter von dem fetten Typen. Die hat auch immer so die Haare wie Eve. Oh mein Gott. So. Oh, I did it! Yeah. Komm. So, deswegen Freitag bei mir Mathe-LK, Leute. Ah, meine letzte LK-Klausur, beziehungsweise meine letzte Klausur generell vor den Ferien. Yay! Deswegen, ich bin mal gespannt, was da so kommt in Mathe-LK. Ja, es geht um Vektoren, eigentlich relativ einfach, um Ebenen, Abstände, Abstände zwischen Ebenen, Ebenen, zwischen Gerade, Gerade, zwischen allem eigentlich. Es geht also um Abstände und so einen ganzen Quatsch und so. Also sollte relativ human sein. Und jetzt mache ich den hier, damit ich gleich im Shop, wenn ich genug Schlüssel habe, was kaufen kann. Scheiß mal auf den Geheimraum, den wir eh nicht finden. So, Boss ist da oben. Na, lass uns doch mal gehen zu Mr. Crocodile hier. Was ist da los? Oh, Mr. Crocodile, das erinnert mich gerade an Serienhelden, beziehungsweise Serienbösewichte und sowas. Und ich fand eigentlich ja generell, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, immer die Bösewichte, viel, viel geiler, man. Die waren immer viel besser. Aber das war auch immer so unlogisch in den ganzen Serien. Ohne Kack, die ganze Zeit waren die Bösewichte so die richtigen Übertreiber, ne. Die haben alles kaputt gemacht. Und auf einmal hat der Held in der Story da, kriegt irgendwie ein Item oder so, ne. Er kriegt eine Sache und auf einmal den Bösewicht übelst aus dem Leben. So, ich nehme jetzt mal Demon Baby mit. Das macht gar nichts, Demon Baby. Das macht nur was, wenn es was zieht, ne. Haut den Held übelst aus den Latschen. Und ich denke mir, was? Warum das denn? Weißt du, wie soll das denn gehen? Die ganze Zeit ist der übermächtig und dann findet der Held ein, so eine kleine Schwachstelle und dann ist er direkt weg. Direkt tot. Gar keine Chance mehr. Da fand ich zumindest, fand das immer ein bisschen übertrieben in den Serien. Und immer ein bisschen sehr unrealistisch. Aber ich habe immer irgendwie zum Bösewicht gehalten. Ich fand die irgendwie immer geiler. Also nicht komplett immer, kam immer drauf an. Bei Code Geass, okay, bei Code Geass, da kann man darüber streiten, wer der Bösewicht ist. Eigentlich nicht, ne. Also ich sage mal, der Bösewicht sind ja eigentlich die Gegner Lelouches. Aber das kann man auch sehen, wie man will. Man kann auch sagen am Anfang eigentlich, das ist eigentlich das Schöne bei Code Geass. Man kann auf der einen Seite sagen, also Lelouch ist da so einer der Haupt, eigentlich der Hauptprotagonist. Man kann am Anfang sagen, ich stehe auf der Seite. Oder ich stehe auf der Seite. Aber eigentlich ist Lelouch schon so der Held, sage ich mal, oder? Ich meine, am Ende hat er ja, ja, über die Art und Weise, wie er geschafft hat, Frieden in die Welt zu bringen. Da kann man drüber streiten. Aber am Ende hat er es doch geschafft. Und warum macht mein Demon Baby jetzt hier kein Damage, oder was? Ist ja eigentlich behindert. So, geht doch. Wie? Oh, Lust, Alter. Wie sieht das denn bei euch aus? Wart ihr eher immer pro Bösewicht oder wart ihr immer ganz klar pro Held? Das würde mich doch mal interessieren, Leute. Auch bei The Legend of Zelda im Übrigen, bei Ocarina of Time, war ich immer für Ganondorf. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Aber ich war immer für Ganondorf. Ich fand Ganondorf einfach immer richtig Hammer. Und da musste ich gegen Ganondorf ja kämpfen. Und dann war das voll behindert. So, komm jetzt. Stirb. Ja. Und bei Benjo und Kazoo, ich fand ich Grundschilder mal voll Hammer als kleines Kind. Ich weiß nicht, warum man so eine grüne Pickelfratz... Pickel hat die ja nicht. Warzennasige Fressoma gut finden kann. Ich weiß es nicht. Aber ich fand's. So, jetzt geh weg, du Fliege. Alter, sonst mach ich dir eine Biege. Fliegen, Biege. Biege. Geh weg. Ich brauch eine Bombe. Aber zackig. Ich krieg keine Bomben. Ich krieg keine Schlüssel. Ich krieg eigentlich gar nichts in dem Scheiß-Level hier, ne? Wie soll ich mit East, bitteschön... Ja, ich krieg wirklich null. Ich krieg gar nichts. Nö. 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 Alter, ich krieg gar nichts. Bitte lass was... Ja, komm, gib mir so ein Paket, Mann. Ich brauch dringend so ein Paket. Aber richtig heftig dringend brauch ich so ein Paket. Wisst ihr? So was, der Pin oft gibt. So ein Paket, das brauch ich jetzt. So, komm her. Komm, 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 komm. Yeah, yeah. Nein, kein Paket. Puh. Und was soll das sein? Helf ab, helf ab. Ja, ja. Jackpot in meinem Leben. Ich kann's dir geben. Yay. Boah, was war das denn für ein heftiger Pillendinges. Boah. Alter Schwede. Hammer, hammer, geil, Mann. Drei Helf ab Pillen und eine Lack ab Pille. WTF? Was will man denn mehr? Aber das heißt nur lange nicht, dass ich hier gewonnen habe. Denn ich bin trotzdem voll schlecht in dem Game. So, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Yeah, yeah. Wow, I did it. So. Nein, nein. Nein. Don't do it, don't do it. So much. Ah, Fleiß. Bye. Bye. Ich hab, ich hab eben, Leute, ich hab mich gefragt, was hat Athene eigentlich auf seinem Kanal gemacht, bevor er das macht, was er jetzt macht. Und da hab ich herausgefunden, dass Athene bereits 2008 angefangen hat, Videos auf YouTube hochzuladen. Und da hat der was, der für eine Scheiße hochgeladen hat, ne? Aber wie lustig das eine Video einfach war, wo er über Deutsche gesprochen hat irgendwie. Da hat er mit irgendeinem Kumpel, frag mich nicht, wer das ist, ich kenn den nicht. Hat er WoW, war das, glaub ich, gespielt? Und da haben sie sich irgendwie, keine Ahnung, was benannt oder so. Luftwaffe oder so. Und haben dann darauf gewartet, dass Germans ihn anschreiben oder so. Sie anschreiben, also Deutsche halt. Und dann wurden die angeschrieben und dann haben die da eine Scheiße erzählt und haben versucht, Deutsch zu reden. Und mit was für einem Akzent die das einfach erzählt haben. Das war so göttlich, Leute. Es war das göttlichste Deutsch, was ich jemals gehört hab. So, ja, ja. Und dann haben sie irgendwie versucht, da den Hitler nachzumachen oder sowas. Ey, das war so göttlich. Ich konnte nicht mehr. Ich hab mich so weggelacht. Vor allem hat er, was er dann da erzählt hat, so vorwiegend. Ich habe eine Volkswagen. So gut. Leute, ich muss euch das mal verlinken. Ich hoffe, ich finde das noch. Wenn ich was vergessen habe zu verlinken in der Beschreibung, dann schreibt mir mal. Ey, was macht ihr denn jetzt? Schreibt mir mal unter das Video. Oh, 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 oh. Ich glaube, das könnte mein Untergang sein. Schreibt mir mal unter das Video. Ah, sagt mir mal Bescheid. Dann verlinke ich euch das noch. So episch einfach. Ab Minute 8 war das. Ich konnte nicht mehr, Leute. Ich konnte einfach nicht mehr. Da gab es irgendwie so 2 Millionen Aufrufe. Da habe ich mir auch gedacht. Was? Das war richtig gut. Ja, und an alle Leute, die sich fragen, wo das Danksagungsvideo vom Edmund bleibt. Das kommt dann jetzt endgültig nächstes Wochenende. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich habe gleich verkackt. Das kommt dann jetzt endgültig nächste Woche, nächstes Wochenende hoch. Nächste Woche, also diese Woche, Samstag. Fuh. Ey, da könnte ich wieder meine Flasche nehmen und irgendwo hinwerfen. Irgendwo. Gut. Da hatten wir ganz gute Items. Und was mache ich? Ich versau es wieder. Ich kann verlinien. Okay. Nächste Runde. Random. Ey, Samson. Nein. Weißt du was? Nein. What the fucking Snake. Okay. Ich wollte neu starten, aber okay. Samson ist eigentlich... Samson ist gar nicht so schlecht. Wenn man ein bisschen Glück mit dem hat, sieht das sogar voll episch aus. Also, okay. Samson. Habe mich dazu entschieden, jetzt mit dir zu spielen, weil ich random gedrückt habe. Und ich werde jetzt auch mit dir spielen. Und wenn du mich nicht benimmst... Ja. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich muss man das Scheiß-Item da hinlegen. Genau da. Vor der Tür. Damit ich gleich auch gar nicht da reinlaufe. Nein. Nein. Warum sollte man es denn auch woanders hin tun? Ja, warum denn? Ich verstehe es auch nicht. Woanders hätte es ja... Ich meine, hätte es ja auch gar nicht gepasst woanders. Man muss es ja da hin machen. Oh, du Riesenscheiß-Miet-Fleisch-Boi-Flanken. Jetzt stirb doch endlich, ey. Was ist mir eigentlich auf den Nerv? Komm, wie eben. Hilf ab. Ja, but guess. I don't need this shit. This shit is shit. Okay, was ist hier unten drin? Oh, mein Gott. Doctors Remote. Nee, Teleport. Was macht das? Oh, yeah. Toll. Ganz toll. Ganz toll. Nee. Der Run sieht schon wieder so dermaßen behindert Scheiße aus. Nee. Normalerweise müsste ich sagen, nee, dann machen wir nochmal neu. Aber ich mache das jetzt nicht. Aber der Run, der... Oh, was ist das hier? Samsung ist das Slot. Ey, der raucht doch wie ein Schlot. Der Slot. Ja, danke. Danke. Du überbemittelter Munter. Du Munter-Monika-Spieler. Du Michael Hirte, du. Jetzt geh weg. Oh. Alter, lernt ihr das eigentlich nie? Hallo. Boah, ich will deine... Boah. Komm jetzt, stirb bitte. Du grüner... Ja, sauber. The Tower. Was soll ich damit, ey? Was soll ich denn damit? Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Aber egal. Wir haben die Japaner rote Binde. Japaner Binde! So. Nein. Uiuiui. Okay. Wenigstens hat die Karte einmal in ihrem Leben was gebracht. Okay. Hä? Larry Junior, vor Arme. What's going on, my friend? I will send you to hell. My father waits for... Ist auch egal was. So, zack. Hälfte ist mitgenommen. Und einmal runter, bitte. So. Und jetzt würde ich gerne einmal... Oh, yeah. Oh, nein. Oh, yeah. Oh, nein. Oh, yeah. Oh, nein. Scheiße, Leute. Ach. Diese blöden Köppe hier wieder. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht haben. Ich will dich nicht heiraten. Geh weg. Nein. Was? Borderlands 2 spielt gerade einer, sagt mir Steam. Ja. Jeder spielt jetzt Borderlands 2, weil er jetzt in ist, Borderlands 2 zu spielen. Und wer spielt kein Borderlands 2? Der TT. Der spielt kein Borderlands 2, weil den Borderlands gar nicht interessiert. Deswegen spielt der TT kein Borderlands 2. Und ich brauche eine Bombe. Was haben wir denn hier? Eine Schere. Oh, die Schere geht sogar voll klar, Mann. So, kein Bock, die Kakaofen jetzt wegzumachen. Die Schere ist gut, Mann. Nein. Hier ist eine Bombe. Eine lebende Bombe. Die wollte ich aber gar nicht haben. Oh, yeah. Die lebende Bombe. Die andere lebende Bombe auch heraufbeschworen. Die lebende Bombenbeschwörer. Oh, yeah. So, was haben wir denn jetzt hier noch, bitteschön, in der Etage? Ist da noch irgendetwas, was mir nützen könnte? Von, oder... Ah. Alter, spring mich nicht an. Habe dir gar nichts getan. Oh, mein Gott. So, komm her. Oh, komm her. Ich muss ja sagen, Switch Reloaded ist ja echt eine geile Serie, ne? Aber den Hitler haben sie gar nicht drauf. Also, ich finde das total behindert, dass die Hitler in so einer Stromberg für Arme so eine Strombergstimme machen. Ich hasse das. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Wir haben letztens noch mal eine Rede in Geschichte vom Hitler gehört, ne? Der spricht ganz anders. Der spricht nicht so behindert, wie die das machen. Also, muss ich sagen, Switch Reloaded, super Serie. Gerade wegen, ich habe dir gar nichts getan, so. So, der Jündchen, so. Der ruft mich immer an, so. Und ich verstehe das auch gar nicht, so. Warum der mich immer so anruft, so. Aber ohne Scheiß, ohne Witz. Den Hitler haben sie gar nicht drauf. Hitler ist, finde ich, eines der schlechtesten Parodien, die sie machen. Der Rest ist schön und gut, aber Hitler ist total bad. So, guckt mal, Leute. Das ist doch echt ein geiles Base-Item, muss ich mal sagen. Das finde ich echt geil. Erstens, wir können fliegen schön. Und zweitens, der macht übelst viel Schaden, der Kleine. Das gefällt mir. Ach, ist das euer Ernst, ihr kleinen süßen Scheiß-Kack-Pratzen? Pass auf, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ihr müsst einfach... Oh nein, oh oh. So, und stirbt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Habe ich schon, ja, habe ich schon gesagt, dass das Edmund-Danksagungsvideo am Samstag kommt, ne? Jo, wenn nicht, am Samstag kommt das Edmund-Danksagungsvideo, Leute. Ich bin so gespannt, ob wir da vielleicht was von ihm hören, ne? Aber, ähm, ich meine, wir müssen ja nichts von ihm hören, aber ich hoffe, dass er das überhaupt sieht. Schreib ihm eine E-Mail irgendwie, da wird es ja bestimmt irgendeine offizielle E-Mail geben zum Team-Mieter. Da werde ich das auf jeden Fall hinballern mal. Und, ähm, ja. Ja, und ich werde es twittern, weil Twitter lesen die, glaube ich, auch relativ oft. Deswegen, mal gucken. Wir werden ja bestimmt schon, irgendwie würde das schon, würde davon schon erfahren. Bombe, 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 yeah, one bomb. Komm, I'm the master of disaster in meinem Keller. Kennt ihr? Seid ihr auch richtige Kellerkinder? Habt ihr euren PC auch im Keller, so wie ich? Nein, habe ich natürlich nicht im Keller. Warum? Nein! Warum sollt ihr auch im Keller haben? Der Fali hat seinen ja schon im Keller. Mit dem Brot und so. Oh, hey! Oi, 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 oi. Das ist ja gar nicht schön hier. Das finde ich gar nicht so lustig. Diesen Raum finde ich nicht lustig persönlich. Und da muss ich auch sagen, nein, dieser Raum steht mir nicht. Mit dem möchte ich auch gar nicht weiter in Wechselwirkung treten. Und deswegen verabscheue ich diesen Raum auch. Und möchte an dieser Stelle einmal kundgeben der Audience, dass dieser Raum nicht mein Ding ist. Zack. Aber wir haben sogar zwei Bomben gewonnen. Und das ist wunderbar. Denn so können wir einen Bluestone schon mal freispringen und haben nur einen in der Hinterhand. Und können einen Schlüssel verwenden. Und können Geld kriegen, womit wir eigentlich hier in den Shop könnten. Ah, aber da wir den Schlüssel verwendet haben. Können wir dann doch wieder nicht rein. Und genau aus diesem Grund hoffe ich jetzt gleich noch einen Schlüssel ergattern zu können. Das wäre nämlich sehr, sehr geil, wenn wir den jetzt noch irgendwie kriegen würden, Leute. Und ja. So ganz nebenbei hatten wir ja in der letzten, in einer, irgendeiner der letzten Folgen mal ganz kurz über Pokémon gesprochen. Und ich wollte ganz kurz nochmal sagen, meine lieben Freunde. Oder beziehungsweise euch fragen. Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist euer Lieblings Pokémon Game? Oder beziehungsweise. Welches Game würdet ihr gerne mal von mir Let's Play sehen? Denn die Pokémon-Anfragen kamen relativ oft mal eine Zeit lang. Und da hatte ich dann schon zugesagt, dass ich auf jeden Fall Pokémon mal Let's Playen werde. Aber da ich nur bis zur goldenen Edition gespielt habe, weiß ich gar nicht, welche der neueren Editionen da gut war. Wichtig ist, dass es möglichst kein DS ist, weil DS, glaube ich, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Äh, deswegen bitte kein DS, sondern eine Vor-DS-Version. Also eine Advanced-Version oder so. Advanced ist P. Ne, Advanced-Version von Pokémon. Welche würdet ihr denn da mal gerne Let's Play sehen, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich gucke mal dann, oder wie halt, dann in dem Hitler-Style von Waititi schreibt mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und jetzt kommen wir doch in den Geheimraum. Ach, nee. What the fuck? Slow-Effect! Oh, yeah, Samson. Langsam wird es aber gut hier. Jetzt brauchen wir nur noch einen Quadrashot. Dann sind wir OP, Mann. Ein Quadrashot ist alles gut. Ah, das ist ja nicht so... Wow, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Das war knapp heute. Heute habe ich sterben, Mutter. Nein. Wow. Puh. Komm, stirb. Ja, sauber. Sauber, sauber. Du sterben. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Auf geht's, auf geht's. Previously on The Walking Dead. Erinnert mich gerade an PewDiePie. Ja, Walking Dead mache ich ja jetzt auch, Leute. Und ich sag euch, das Spiel ist so übel geil, ne? Die labern zwar voll lange da und voll oft, sodass ich gar nicht so viel erzählen kann, aber das packt einen einfach voll. Keine Ahnung. Die Story, das ist so geil. Und ja, auch auf Englisch. Und ja, ich verstehe eigentlich den Großteil des Englischen auch. Also, ich habe da jetzt nicht so übel Probleme mit. Ich habe nur manchmal damit Probleme, mich schnell zu entscheiden. Was aber nicht daran liegt, dass ich vielleicht das Englische nicht verstehe, sondern ich verstehe es einfach nicht so schnell. Die Zeit da läuft viel zu schnell ab. Ohne Kack, Leute. Selbst wenn er mit deutschen Untertiteln wäre, könnte ich das in der Schnelle gar nicht so schnell realisieren und gar nicht so schnell überlegen. Ich bin hier so der übelst schnelle Entscheidungen-Typ. So, ich brauche einmal kurz drüber nachdenken, was denn für Folgen entstehen könnten. Oh mein Gott. That's fucking shit, man. Und du siehst. So, wir slowen den. Oh, das ist voll die geile Kombi mit meinem Space-Item. Der in der Mitte wird geslowt und der steht einfach da und macht ihn kaputt. Yay! Angel Room! Oh mein Gott. Oh! Sehr schön. Jetzt schon Meat Boy. Oh, geile Sache. Boah, Leute. Der Run gefällt mir langsam. Und ich sehe, wir haben 21 Minuten. Was heißt das, Leute? Richtig. Ich muss leider eine Pause machen hier an diesem Punkt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt bitte einen runter. Und wenn ihr das erste Mal dabei wart, könnt ihr abonnieren. Dann bekommt ihr die nächsten Parts auch alle wieder. Ich habe gerade mit Wasser rumgekleckert, weil ich dumm bin. Ja, also in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Mal gucken, wie weit wir mit Samsung kommen im nächsten Rennen. Also in der nächsten Folge. Ich bin so blöd, ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Heute Tegermat. Ciao!